das komplette paket bis hinten durch alles abgesagt es gab viele viele kisten es gab viele viele kisten sind sich einig also die sind sich sehr hoffentlich erschießen wir die als erstes da hin oder wollen wir uns verdeckt verhalten ich habe sie vergessen trotzdem zum pio oder wollen wir uns ruhig verhalten und gucken dass wir den drop kriegen wenn es da schon zwei gelbe kisten für gibt auch keine schlechte idee wir können ja mal richtung aber rekordierten so in die richtung gehen da kommen gleich welche von rechts und wollen auch hin das hört sich schon an okay wo denn da oben das soll das das nur ein duo noch ein trio und drei einzelne irgendwie habe ich das gefühl könnte ja mal finger links nehmen und das ist noch weit weg hier 1 ich weiß wo der schatz ist wenn es sich interessiert ist das jetzt schon das lotos hier oben ja ok aber so weit weg ist sie 1 auch nicht ne ne die sind gleich hier oder ein einzelner oder auch nicht bei biff so wie es sich anhört ja lass uns mal zum verbrechertierten gucken ja bing wir da noch mal vorher so ein oder zwei pings mit zwei hatte ich mir ach was schießen die so heftig wie gesagt dass wir hatten ein duo der teamkiller ist offen da unterwegs immer noch da hinten am kriegen also ja mal wir hatten ein trio ein trio ein duo ne drei einzelne hat man ich vermute fast dass ich den einzelnen hinten gepinke ich bin auch mal der einzelne ist immer noch auf 1 also der nächste an uns dran ist das der einzelne und das ist tatsächlich ein sender wenn er da immer noch sitzt oder erwartet auch auf den abwurf kann natürlich sein meinst du sitzt da im haus und wartet auf dem abwurf vielleicht sitzen sie zu dritt auf dem abwurf ja ja ich mache ich auch den blumen erder händler alter ich hab schon sechs oder sieben sack kümmer eingesammt ist doch gut ja aber ich finde doch nichts anderes also was mich echt wundert dass hier bei uns in der ecke jetzt wo wir sind am ausgang dass da keiner gespawnt hat also die schüsse haben aufgehört war wohl irgendwer siegreich der teamplayer äh killer ist noch da auch schön sieht man ja wenigstens ist aber alles auf dem Damm ne ja das ist leider ganz oft bei der map so ja würde ich sagen gehen wir zunächst zu 1 werfen da mal eine strahlengranate hin ja möchtest du lieber suomi oder a47 oder nehme ich lieber die suomi ich denke 1 wir können aber wie gesagt den schatz auf 2 noch sammeln ich denke 1 wir können aber wie gesagt den schatz auf 2 noch sammeln das ist und sieben 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 das seit dem köln der ist auch auf dem Damm der sieben das alles das war eine ganze doch das total oft da oder nicht ach wie wir sehen dass der auf dem Damm ist direkt eine merkwürdige Runde aber wirklich also nicht dass der auf dem Damm ist sondern kommst du ja auf dem Damm alles oben alles oben da in dem Haus ist der Ping die wir haben manche sitzt da immer noch weiß ich nicht Fenster ist auf jeden Fall auf. Ich schmeiß noch eine zweite, die schmeiß ich rein. Das ist auf jeden Fall das 3A-Team, was oben auf dem Damm sitzt, weil die auch nie die Comstation aktivieren. Ehe, will keiner mehr sein, glaub ich nicht. Na komm, das wär's. Ne, hier. Auf 1. Auf 1. Tragbarer hat mich. Da ist der ist am gelben Haus da, ne? Ah, genau. Da ist die... Dings. Wasserlabor. Ich... Ich bin ein bisschen... Scheiße. Wollen wir uns jetzt hier auflassen oder zur Abwurfzone? Ja, ich hab jetzt auch grad schon überlegt. Die aufhalten und dann... Ja. Prioritäten setzen hier. Normalerweise müssten da ja alle wie die Bekloppten hin stürmen. Ja. Ja. Einen sehen wir ja. Der kriegt's auch direkt vor die Füße. Und was alle bauen ja, so auf den ersten Blick seh ich keinen. Also ich bin schon auf dem Weg hin zum Abwurf, ne? Naja, seh ich. Guck mal. 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 So, ob wir die Com-Station benutzt wurde, ist da entweder etwas Böses drauf oder... Okay, der blaue haut schon ab, der war schon dran am Drop. Ja, mit sieben Meilen Stiefeln unterwegs. Ja. Mist. Gucken ob da noch zwei Drops drin sind oder gucken ob nur noch einer drin ist. Und den Typen hinterher. Warte, ich hab sie gleich. Ich bin auf der Karte, ich bin grad am Rennen. Ich hab sie gleich. Ich müsste gleich Sichtkontakt haben. Einer ist das, einer. Ja. Happen. Den Teamkiller hast du erwischt oder? Ja, ich hab den Teamkiller erwischt. Ja. Der hat einen Drop gehabt. Wollen wir dir noch einen Drop holen? Ich bin grad auf dem Weg. Ich weiß gar nicht, was ich eingesammelt hab. Du bist nach, du musst nach links. Der, ein, das ist nur ein Drop. Da sind noch mehr Drops. Das Problem ist jetzt, können uns natürlich das Dreier-Team. Mit Sicherheit, die haben so geboostet. Das ist hier unten in dem Tal drin. Nicht so viel liefert, alter. Ich hab's nicht Kontakt zum Drop. Ja, ich auch. Aber... Direkt auf dem Damm seh ich jetzt erstmal keinen. Wald seh ich auch keinen, weil sie mal hin... Da kommt wer. Wo ist denn da? Happen. Komm, es hat schon geklingelt. Die Strahlung kommt auch von unten. So viel Zeit haben wir nicht. Das muss in seine Chemie noch abnehmen. Also ich seh keinen. Ich garantiere aber nicht für nichts, ne? Ne, ne. Oh, das verstrahlt. Na, sehr schön. Gut für die Info. Hast du ähm... Irgendeinen Ausgang schon? Ja, ja. Ja, ja. Den Ausgang... Hier. Durch die Strahlung. Da liegt nämlich der andere Drop. 200 Meter noch. Äh... Kann sein, ey. Letztes Mal schon mal so ein Abbrecher drin. Der ist auch auf Kerstin. Ey, der wird so... Soll ich dir mal sagen, wie viel Meter ich dem vorm Ziel erschossen hab? Warte, mach ich gleich. Ich muss hier erstmal Loop Management betreiben. Der hat nämlich ganz schön guten Stuff. Ja, genau. Nimm alles mit, nur nicht den Abruf. Also... Okay, ich hab nichts gekriegt, aber alles verhalten. 50 Meter. Also... Nicht mal 50 Meter, 20 Meter wird der... Der wird richtig kotzen. Aber richtig. Oh, ja gar nicht das jetzt, ey. Der wird jetzt Abwurf, der gut geboostet war. Ah, aber richtig gut. Zwei gelbe Kisten, ey. Das ist doch Bullshit, ey. Ja. Dann noch einen gekillt. Eine blaue Kiste mitgegeben.